Die Aktienwelt 63 hat Nachwuchs bekommen. Vincent, Hendrik haben Nachwuchs. Zwei Babys sind dieses Jahr zur Welt gekommen. Deswegen gehen wir heute dem ganz wichtigen Thema nach. Wie investiert man richtig für unseren Nachwuchs? Also für unsere Kinder und Enkelkinder. Und dafür sind wir heute eine absolut gute Expertenrunde. Peter mit seiner enormen Erfahrung, auch bezogen auf die Investments für die Kinder. Und Vincent und Hendrik, die sich diese Fragen jetzt sehr, sehr, sehr gut stellen und intensiv in das Thema reingehen. Servus zusammen. Hi. Hallo. Schön, dass wir das Thema mal aufgreifen. Das freut mich auch. Und wir wollen beginnen mit den drei Aktien, die jedes Kind, jedes Enkelkind braucht. Ist schon ganz spannend, diese drei Aktien zu finden, weil man muss sich die Frage stellen, welche Unternehmen haben das Potenzial, auch wirklich über 20 Jahre, also sozusagen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kinder aus dem Haus gehen, eine vernünftige Performance zu bringen. Und wir haben es diskutiert und auf drei fokussiert. Hendrik, du darfst anfangen. Was ist aus deiner Sicht für dich die erste Aktie, die du dann nennen möchtest? Genau. Ich habe einmal das Kriterium, was du gerade angesprochen hast, mir überlegt, okay, das Unternehmen sollte möglichst in 20 Jahren, also wenn mein Sohn dann groß ist, hoffentlich noch aktiv sein, noch gut aufgestellt sein. Dann habe ich überlegt, das sollte möglichst leicht verständlich sein, ein gutes Beispiel sein. Und natürlich soll man mit der Aktie auch Geld verdienen können. Und aus meiner Sicht trifft das alles drei auf Walt Disney zu. Genau. Disney ist mit seiner, aus meiner Sicht, mit seiner breiten Aufstellung vielzahl an starken Marken. Hat das für mich schon Ewigkeitscharakter. Das Unternehmen gibt es auch schon sehr lange. und es ist jetzt kein Unternehmen, bei dem ich wie alle sechs Monate schauen muss, okay, ist das jetzt noch das Richtige, hat sich was geändert. Sondern ich denke, dass wenn mein Sohn Tian in 20 Jahren groß ist, dann wird es immer noch erfolgreich sein. Und aus meiner Sicht auch eine gute Aktie, weil es leicht verständlich ist, ein gutes Beispiel ist. Also wenn wir dann vielleicht später mal ins Kino gehen, Disney-Film schauen oder einen Merchandise-Artikel kaufen, vielleicht sogar mal nach Disney World fahren, dann kann ich ihm sagen, ja hier, dir gehört ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und wenn wir jetzt hier in Disney World viel Geld ausgeben, dann fließt ein kleiner Teil davon zurück an dich als Dividende. Das ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt. Man kann dadurch auch Wissen und Finanzbildung vermitteln. Und ja, Aladdin, König der Löwen, Simpsons, da werden unsere Kinder nicht dran vorbeikommen. Vincent, wie ist dein Blick auf die Aktie? Wenn wir das mal aus operativer Sicht sehen, also ich teile erstmal alles, was Hendrik gesagt hat. Ich glaube auch, dass Kinder einen sehr leichten Zugang zu Walt Disney haben werden. Der Zugang wird ja auch noch leichter dadurch, dass Disney bei vielen jetzt zu Hause läuft. Viele haben Disney Plus, ich habe auch Disney Plus und mein etwas größerer Sohnemann, der guckt auch schon hin und wieder die eine oder andere Sendung da. Und ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiges Element ist, dass die Kinder Zugang zu dem haben, was sie besitzen, was Hendrik ja auch gesagt hat. Und wenn wir das operativ betrachten, dann glaube ich auch, dass Disney einfach sehr, sehr viele Hebel hat, um die nächsten 20 Jahre gut zu überstehen. Zum einen ist da ja das Geschäftsmodell mit den Freizeitparks. Die sind sehr, wie soll man sagen, sehr elitär, sehr einzigartig in ihrer Art und Weise, wie die haben. Es gibt halt, wenn man Mickey Mouse treffen will, dann kommt man um Disney World oder Disneyland quasi nicht drum herum. Und als Eltern wird man wahrscheinlich früher oder später mal dahin reisen müssen und egal welchen Preis Disney aufruft, bezahlen müssen. Das heißt, Walt Disney kann in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich für Eintrittsgelder, für Sachen wie die Fastlane oder für andere Konditionen einfach die Preise erhöhen, operatives Wachstum erzielen. Operativ kann Disney auch über das Streaming wachsen, wenn die weitere Abonnenten noch in ihre Reihen bekommen und hin und wieder natürlich Klassiker über Filme reinspielen. Das heißt, es gibt sehr viele Zugangsmöglichkeiten für Kinder, aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie Walt Disney das Interesse der Kinder und der großen Kinder monetarisieren kann. Das ist wirklich gut. Und die drücken jetzt auch die Hebel und steigern enorm die Einnahmen je Abonnent bei Disney Plus, gerade in Kanada und den USA. Und das ist wichtig, um auf dem profitablen Wachstumspfad zurückzukehren. Und dahingehend muss man auch sagen, die Verschuldung ist endlich wieder im Griff. Also das Verhältnis von Nettoverschuldung zum Free Cash Flow ist bei 5. Das ist ein vernünftiger Rahmen. Das kann man wirklich sagen. Das Unternehmen wird auch die nächsten Jahre bestehen und es zahlt Dividende. Peter, hat bei dem Portfolio für deine Kinder das Thema Disney und Dividende eine Rolle gespielt? Disney hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, weil das genau wie Henrik und Vincent ja auch schon gesagt haben, die ganzen Disney-Figuren, die kennen die Kinder, die können damit was anfangen. Und ich finde es eben immer klasse, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, dass man eben sagen kann, hier dieser Film, den hat die Firma gemacht, die dir gehört. Du verdienst da dran, wenn die Leute ins Kino gehen und sich Filme anschauen. Und von daher glaube ich schon, dass das wichtig ist, einfach auch um vielleicht Beziehungen generell zu Aktien herzustellen. Das denke ich auch. Dann lass uns weitergehen zu den zweiten Kandidaten. Vincent, über welches Unternehmen denkst du noch nach? Im Endeffekt, welches Unternehmen ist wohl das zeitloseste Investment, was wir auf dem Radar haben? Was meinst du, Flo? Sollen wir mal zu Backtrial Hathaway übergehen? Können wir gerne machen. Das ist schon wirklich zeitlos, weil es eine Beteiligungsholding ist. Und als Beteiligungsholding habe ich den Vorteil, ich kann das Risiko streuen. Ich bin nicht nur von einem Unternehmen oder einer Marke abhängig, sondern ich habe Positionen an Apple und Coca-Cola. Und die sind ja wahrscheinlich auch in den Alltag unserer Kinder irgendwann integriert. Über die Erfrischungsgetränke bei Coca-Cola, Fanda oder Sprite oder über das iPhone oder die Brillen, die da noch kommen werden. Das ist wahrscheinlich nicht wegzudenken, oder Vincent? Das glaube ich auch. Und ich glaube, wie du gesagt hast, dass Kinder auch zu Backtrial Hathaway einen ziemlich guten Zugang bekommen können. Man kann sagen, dass Warren Buffett, derjenige, der das Geld der Kinder quasi dann lenkt und maßgeblich noch beeinflusst, dass der so clevere Entscheidungen getroffen hat, dass der in die besten Unternehmen investiert hat. Er hat selber quasi gesucht, wo kann ich mein Geld investieren, wo kann ich gute Chancen machen und wo sind die starken Marken, die auch die Zeit überdauern. Und der hat halt damit ein Portfolio hergestellt, das nicht nur die Jahre überdauert, sondern auch über Jahre ganz viel Wertschöpfung für die Kinder erzielen wird. Der Zugang ist sehr einfach und vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, dass wir über Warren Buffett auch unsere Kinder dazu kriegen, sich mehr mit den Investments auseinanderzusetzen. Weil Warren Buffett ist ja selbst ein Fundus an Weisheiten, wie man investieren kann, wie man erfolgreich investieren kann. Und wenn sich die Kinder damit auseinandersetzen, warum hat Warren Buffett wohl in Coca-Cola investiert oder was fand der gut an Apple, dann kommen sie vielleicht auch darauf, was so Alleinstellungsmerkmale sind, die gute Aktien und gute Investments ausmachen. Und ich glaube, dass die anhand von Berkshire Hathaway einfach sehr, sehr viel lernen können. Gebe ich dir recht. Und er wendet einen Trick an. Er nimmt Versicherungsbeiträge und investiert die in vernünftige Vermögenswerte, also in Aktien bzw. andere Töchterunternehmen. Und das macht ihn langfristig auch sehr stark. Peter, hast du für deine Kinder in die Buffett Holding investiert? Aber hallo, natürlich. Ich habe für mich selber Berkshire Aktien gekauft, auch für die Kinder, weil ich eben genau wie Winz es gesagt hat, denke, das ist langfristig ein super Investment. Ist auch ein Grundpfeiler eines jeden Depots, denke ich. Und gerade wenn ich eben daran denke, dass die Kinder ja noch bis zur Ausbildung vielleicht 20 Jahre noch vor sich haben, wenn sie gerade geboren sind, glaube ich, kann auch dieser Compounding-Effekt, der Zins-Zinseffekt da richtig wirken an der Stelle. Und ich glaube, für die Bildung ist auch wichtig, diese Cash-Position, die er hat. Weil er sagt ja, ich will unabhängig bleiben, auch wenn es jede Menge Krisen gibt in dieser Welt, möchte ich weiter Liquidität haben, die ich dann zu guten Konditionen einsetzen kann und nicht bei der Bank klopfen muss. Und auch diese Denkweise könnte unseren Kindern weiterhelfen, dass auch die Unabhängigkeit wichtig ist. Und dass auch dieser konservative Ansatz, nicht zu viel Fremdkapital aufbauen, da glaube ich auch in der Kultur von der Holding liegt und das unseren Kindern auch weiterhilft. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf Immobilien. Wir gehen über zu McDonalds. Warum ist aus eurer Sicht McDonalds eine ganz spannende Aktie und nicht nur die Immobilien, sondern auch die Burger? Ja, also ich denke, McDonalds ist wieder so ein Beispiel für ein Unternehmen, das wirklich jedes Kind kennt, wo, glaube ich, keine Eltern dran vorbeikommen, da mehr oder weniger regelmäßig mit den Kindern hinzugehen, weil die das einfach toll finden. Das heißt, wir haben hier ein neues Unternehmen mit einer ganz starken Marke. Dann haben wir eben das Produkt, wofür McDonalds bekannt ist, den Burger, den Big Mac, die ganzen anderen Dinge, die alle mehr oder weniger gesund sind für unsere Kinder. Und was aber eigentlich drin steckt bei McDonalds, neben den Burgern, ist halt das Thema Immobilien. Denn es ist bei McDonalds so, dass sie ungefähr 80 Prozent aller Restaurants selbst besitzen. Das heißt, das Geschäft wird dann im Regelfall ausgelagert an Franchise-Nehmern. Aber die Immobilie selber gehört McDonalds. Und dafür kriegen sie dann noch zusätzlich zu den normalen Franchise-Gebühren auch noch Mieteinnahmen. Und es ist tatsächlich so, dass im vergangenen Geschäftsjahr 2023 die Mieten mit einem Anteil von ungefähr 38 Prozent die größte Einnahmeposition des Unternehmens war, dicht gefolgt von den eigenen Restaurants. Und das heißt, wir haben also bei McDonalds eben nicht nur ein Unternehmen, wo man essen kann, sondern tatsächlich eben auch, genau wie du gesagt hast, ein Immobilienunternehmen mit guten Standorten in Innenstädten, an Ausfallstraßen, an Autobahnen. Und das glaube ich, das ist dieser besondere Pfiff, den die Axel da noch hat. Das denke ich auch. Ich habe es mal ausgerechnet. Also wenn man die Mieteinnahmen nimmt und die Mietausgaben sozusagen dann die Nettomiete berücksichtigt und da einfach mal, sagen wir mal, einen vernünftigen Multiplikator draufsetzt von 20, also eine Mietrendite von 5 Prozent, dann kommt man auf einen Immobilienwert von 205 US-Dollar je Aktie. Tja, einfach nur bei diesen einfachen Annahmen und das sind schon ungefähr 73 Prozent der aktuellen Aktienbewertung und das ist schon, also McDonalds kann man mögen oder nicht, aber diese Immobilien, gerade in den Lagen und auch in allen anderen Cities, die haben einen Wert, der ist nicht wegzudenken und die werden auch stetig am Wert gewinnen. Auch die Mieteinnahmen steigen im letzten Jahr knapp um 8 Prozent und das ist dann schon ein Punkt, glaube ich, der sich gut macht in dem Portfolio unserer Kinder und Enkelkinder. So, fassen wir kurz zusammen. Wir haben drei gute Aktien ausgewählt, die auch in 20 Jahren noch vernünftig performen werden. Wir haben ein Portfolio geschnürt, was obwohl es nur drei Aktien hat, einen vernünftigen Risikoausgleich hat, glaube ich. Also nicht nur über die Immobilien von McDonalds, sondern auch Marken wie Disney und auch die Beteiligung mit all den Turbos, wie die Versicherungseinnahmen, die Buffett da generiert. Wollt ihr noch was hinzufügen? Was würdet ihr noch sagen? Wir haben, glaube ich, anhand der drei Aktien ziemlich gute Auswahl getroffen. Ganz genau. Und ich glaube auch, dass wir einen ziemlich guten Korb gefunden haben, der Kindern es sehr einfach macht, sich mit Aktien und Börse zu beschäftigen. Und vielleicht auch Anreize bietet, sich mit Finanzen neben den Produkten auseinanderzusetzen. Absolut. Das sorgt für Bildung, Bildung, Bildung und eine vernünftige Rendite, auch Dividendeneinnahmen zu einem vernünftigen Risikoausgleich. Hat mich sehr gefreut. Wer das Video gefällt, bitte lasst uns ein Like da. Ihr könnt es auch gerne teilen mit euren Kindern oder Enkelkindern. Wir gehen davon aus, dass wir dadurch einen vernünftigen Mehrwert bekommen und auch langfristig das Thema Aktien so positionieren, dass wir den Wohlstand Schritt für Schritt vermehren. Servus von meiner Seite aus.